Herr Kick, Spielwarenmesse 2018, was sind die Trends? Die Trends sind drei wesentliche. Zum einen entdecke die Natur, also vom kleinen Gärtner bis zum Experimentierkasten, um irgendwelche Pflanzen hochzuziehen, ist alles dabei. Der zweite Bereich ist Team Spirit, also Teamgeist. Man entwickelt Spiele zurzeit, die man nicht alleine zum Ziel führt, sondern man braucht ein Team und ist auch im Team integriert, also man spielt nicht gegeneinander. Und der dritte Trend, den finde ich besonders gut in diesem Jahr, der heißt Just for Fun. Also es muss nicht immer der erzieherische Zeigefinger gehoben werden, sondern es kann mal gespielt werden des Spielens willen und es soll Spaß machen und da ist jede Menge auf der Spielwarenmesse zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017